herzlich willkommen bei einem neuen video hallo zusammen heute die einer bunten barbara die ist angemalt total drüber so sieht das gut aus infos zur box wie immer in der infobox wir sind vorbereitet auch wie immer beauty hero edition ich sehe schon mal was wir so oft hatten ich sehe es auch ich fange hier mit an das hat man auch letztens in der breite wir haben es immer noch verliegen caotina schweizer schokolade also quasi das ist kakao und aufstrich ohne palmöl mit rapsöl aber nur ein probe produkt ja aber wir haben es noch nicht probiert stehe 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 nix im besagten häxchen soja die bladenpflaster mal wieder wie immer schon so oft ist das hier auch eine probe das ist eine sondergröße fünf milliliter ja dann hier ne sondergröße so halt protect eight our cream und ich sage jedes mal und ich sage jedes mal lecker und wo steht es dann weiter ich muss es auch mal trinken nicht immer nur sagen lecker lecker und nicht lecker von l'oréal paris eine wimperntusche die wir zulassen ich würde sie euch gerne zeigen aber ich habe so viele wimperntuschen so schlag auf schlag jetzt weiter gelder mehlen ein sekt wir schenken ihm 10 euro hängt da hinten dran ok jetzt einlösen ja ein sekt halt ne ich habe jetzt hier was großes du nennst es mädelsabend ich nenne es therapie von groß kann man hier so hinstellen dann steht es da kann man sich da so ein spruch raussuchen ich habe jetzt ganz weiß eine ganz weiße hose von einem gekrümelten hier so alles so so bildchen und sprüche und das letzte produkt das letzte produkt von avant ist ja teuer und zwar ein pink ore sheet subtil restoring overnight serum 130 ml schnitt drauf 3 ml bitte ja was tippst du? 100 nein 99 ich war aber nah dran hast du vorher schon gesehen das ist meistens 100 das ist meistens 100 avant krass ja das war es schon wieder aber ich finde es ist sehr sehr gelogen gut hier also ich glaube damit können wir uns gegenseitig schon tot werfen ja die haben noch so viele rotkäppchen noch mal 2 oder 3 ja die müssen wir noch mal trinken weil rotkäppchen ist eigentlich sehr lecker sehr sehr lecker avant ist immer super pappe ja muss man mal dran schnuppern ja für jeden für jedes like und für jeden Abo Abo jedes Abo jedes Abo würden wir uns freuen ja und dann machst du es schon wieder von dann machst du macht es gut oder wie sagt man so schön macht es gut mach es besser mach es gut schwingt er hoch tschüss 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 tschüss